So, next round hier, Sniper. Oh, ich will nicht Melee spawnen, ja. Wollt ihr nicht die Turbo wechseln? Ja, das ist toll, nee, jetzt, nee, komm. Also nach der Runde können wir wechseln, oh ja, mega Soundbug, mega Soundbug. Ja, das ist aber nur am Anfang so. Ich fahre auch T90, Rinzi, ich bin hinter dir, warte auf mich. Er fliegt. Hallo, Rinzi. Guck mal, mein Tank an, ist der lackiert? Was, ein Jet? Die haben einen Jet, die Ficker. Was soll das? Ja, haben die auch. Ey. Wenn wir früher sagen können. Ey. Ich spawne mal bei Tor hier, ne? Ja, Backstar, du bist so wie Family da, Mann. Gib mal Befehle, Alter. Ja, Soundbug. Ja, warte. Da oben ist ein Heli. Boah, ich mach ihm Schaden, ich mach ihm Schaden. Ist ja geil. Holt euch mal den Vorber, hier mit den Stänkstern. Mama. Ja, wie ist das denn? Alter. Warte. Was, du schreitst, Alter. Okay, der Heli ist da, aber da ist noch ein Heli. Alter, bist du dahinter? Bitte. Hallo, ich hab gerade noch das angebildet. Und schon wieder. Wo denn? Klar, den hätte ich kriegen müssen, aber wie geht denn das? Wohl? Dann machst du jetzt hier mal X für Rauch und dann fahr' ich. Na, wenn ich's nicht schon verrentet hätte. Da ist irgendwer ausgestiegen gerade, aufpassen. Also, vom Heli. Ach, B, nee, G. Panzer. Guck mal, nach vor uns. Alter, leh. Fährt da ein Auto vorbei. Hier ist ein Panzer, wenn Sie hier oben. Also Thor hat das Ziel G, okay. Ich merk schon. G, Gummi. Oh, da ist ein Jet. Boah, einfach jetzt durchzugehen. Genau, egal was kommt, einfach durch. Was, zu D oder was? Nee, G. Du hast okay, ja, da komm ich. Ey, du hast okay markiert. Ja, bin unterwegs, fern ruhig. Du hast okay markiert, verdammt. Ich renne mal raus. Juhu. Hast du gerade nochmal oben gefahren? Alter. Nee, ich hab's hause umgefahren. Jetzt macht er nicht gleich alles kaputt hier. Ja, was, dein Lass mich hoch. Thor, 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 Thor muss schon wieder spielen hier, ey. Wie so ein kleines Kind hier, alles umfahren. Umfahren. Definitiv. Ja, und da klaut man die K, unglaublich, die Forza. Nein, ich hab nur noch 13%. Na ja, ich hab mal... Bleib stehen, bleib stehen, Mann. Ich reparier dich auch, wenn ich... Äh, Thor, links ist ein Panzer. So. Oh. Weil du da mal hinfährst, vielleicht. Ja, ja, schick den. Ey, was war das? Höh? Bei Helis war das. Zwei Stück. Oh Gott. Ja, da kommst du. Wow. Oh. Oh, da, ich seh ihn, 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 ich seh ihn. Oh, da ist das super schlau, Alter. Oh, da war's. Oh, da war's. Oh, da war's. Boah, ich snipe ihn jetzt raus. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Alter, wie viele Helis haben die? Ja, ich snipe den jetzt raus. Das ist mir jetzt... Ey, wegst du, du Pussy. Er ist ausgestiegen, er ist ausgestiegen. Er ist ausgestiegen, Mann, ich hab ihn nicht gesehen. Knapp daneben, Alter. Fuck. Wie die mal aussteigen müssen, die Penner? Tor, du schaffst's. Oh, Tor, zwei Helis am Arsch. Ey, das sieht so geil aus, ne? Wo sind denn die jetzt, die beiden? Ah, da ist einer, okay. Boah, Alter. Nicht getroffen. Einen hab ich gerade auch gemacht. Wo ist der andere Fortschneid? Da, der ist aber auch gerade am Abschmieren. Der ist gerade voll am... Ey, ey, wo denn? Wo denn? Ich glaub, der ist ausgestiegen. Oder? Ja, der ist ausgestiegen. Ich werd beschossen. Ab hier rein. Danke. Da, da. Bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Ey, jetzt kommt da noch ein Heli. Was? Ey, da haben wir ja keinen Helikopter. Willst du mich verarschen? Doch, einen, aber der wurde... Ah, nee. Nee, die haben zwei, weil die unseren geklaut haben. Sag ich doch. Nee, Quatsch, 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 Quatsch. Ich hab hier einen. 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 Aber der kann nicht schießen. Ist ja kacke. Ja. Ach du. Egal, dann spring ich über dem Heli raus, schmeiß die vier und zünd das. Ich hab einen Jet. Wo sag mal ein Ziel an hier. Ähm, warte, warte, warte. Ah, ah, ist... Ah, nee, doch, A kannst du helfen gehen, glaub ich. Was ist bei A? Bei A ist auch ein Panzer, nee, also da kannst du ruhig helfen gehen. Also ich bleib erstmal in der Luft mit meinem Heli hier. Also wenn ihr Transport wollt, dann spawnt einfach bei mir. Dann könnt ihr ja immer da aussteigen, wo ihr gerade wollt. Ich hab keine Freisicht, das ist doch hinten. Oh, ein Jet. Oh, oh, der Jet ist uncool. Scheiße. Ich auch gerade, ja. Wird anvisiert. Oh, ziehen. Oh mein Gott. Was war das denn gerade? Alter, wo schießt ihr die Scheiße hinten, Alter? Unglaublich. Keiße hinschießen. Ach, mein Heli ist noch ganz? Oh, ich dachte, der wäre im Arsch. Ich dachte, der wäre im Arsch. Aber wenn er noch heil ist... Da ist noch ein feindlicher Heli. Da ist schon wieder ein feindlicher Heli. Da ist noch ein feindlicher Heli. Ist das... Warum? Oh, ich hab immer verhaftet. Schade. Das war falsch ausgestiegen. Heli aber eben gestiegen wäre. Okay. Von wo wurde ich denn jetzt schon wieder abgeschossen? Boah. Ah, da ist so ein... Panzergedöns. Ach, da ist auch die Heli. Nein! Mann, so knapp. Man lebt ja noch, ja. Man lebt ja noch, ja. Ich muss raus. So. Ey, ich leiste dir mal Unterstützung. Ey, denkst du, ich hab da irgendjemand gekriegt? Alter, diese... Du siehst die, du siehst die. Gar nicht mehr so deutlich. Diese MG. Oh, da ist schon ein Jeep. Den hätte ich gern geholt, Alter. Warte, den krieg ich. Den snipe ich, oder? Panzer links. Ist das schon ein Down? Der Panzer steht oben auf Berg. Oben auf Berg. Ja, ich sehe, warte, ich renne da mal ran. Ich renne da mal fix ran. Ja, geh mal ran, ich gebe dir Backup. Danke. Da ist ein Step-Up, Achtung. Ja, warte. Ich renne mal kurz hier. Sneaky. Ach, gehst du irgendwo hoch? Ja, hier. Ja, doch, da dürfte ich rankommen. Ich muss nur auf Infanterie achten, weil da ist irgendwo einer. Alter, was war denn das? Oh, der hat uns gesehen, glaube ich. Oh, oh, oh. Ja, ein Tank von hinten. Ach, von hinten. Ach, der hat dich erwischt, lol. Ja, ja. Ach, hier, ja, der Little Bird hat mich auch gesehen. Scheiße. Ich bin hier gerade ziemlich... Oh, oh, ich bin in einem Brenzlichen... Oh, mein Gott. Nee, wieder rein, wieder rein, wieder rein, wieder rein. Uh, uh, uh. Bäm. Das Geräusch. Alter, bei dir spart ich nicht mehr. Wieso? Alter, Heli ist auf mich stehen. Also, Baxter ist... Ja, zureck doch mal, du Fotze. Ach, ich hab noch keinen gerade Zug. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Jetzt kommt er mit den Kill, Alter. Eben. Über uns ist ein Heli. Heli, Heli, Vorsicht. Ja. Bäm. Was war das? Das Geräusch, ne? Das ist total... B-Tanks, Alter. Warte, ich komme zu den Tanks. Alter, unten ist einer. Wir sind da überall unter der Ränder. Fuck. Sack. Nein, daneben, was? Nein, von wo denn? Scheiße. Wenn's zu viel grad mach, komm schon. Ach, Thor, fliege dran, bin falsch. Alter. Guten Tag, Thor, aber ich spawn bei dir, Thor. Geht schon. Ja, mach mal. Da sind mir zwei Helis, Alter, das gibt's doch nicht. Da ist ein Gegner, boah. Mit der Smoor hat er mich ge... Was? Mit der Smoor. Mit der Smoor. Tor, bei dir sind irgendwo zwei Leute, ne, Thor? Da, genau, da, in dem Haus, Tor. Da sind zwei Leute, da, wo du grad drauf geguckt hast. MP7. Fett. Ach, schatze, den von links. Fett. Geil, ich hab grad voll den Heddy weggefällt, gefällt mir. Lauf, 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 lauf. Alter, mach klar, Freimer. Wir machen einen Rogen. So, der Gruppe macht Battlefield übel Fall, Alter. Na klar, Mann. Ach. Fick dich, du kleiner Scheiß-Motor. Sag mal nicht. Klaus 8, wo da ist. So, geschlitzt, Junge. Zack, Bäm. Musst du da wegpiepsten. Piep, 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 piep. Piep, piep. Naja, die ganze Zeit, Alter. Bamm, Alter. Dammelschlitz. Zack, Headshot. Ich mach grad voll die Kill-Serie hier, Alter, sag ich dir. Hier geht's halt voll ab bei mir. Da, da ist einer, da ist einer. Komm, schlitzen, komm. Ja, geschlitzt hier. Schon wieder, Alter. Zack. Rissi, wenn dich einer von vorne schlitzt, F drücken. Fie Fotze. Hahaha. Da kannst du im Prinzip gegenschlitzen. Genau. Das gibt's doch nicht. Dann machst du einen Count-Schlitz. Alter, ein Count-Geknifflort. Ne, Count-Geknifflort. Ja, mich, ich, jeder, ne, da ist mal so ne Scheiße. Ja, das ist immer, das wird tot. Nein, daneben. Lol, ist der schon tot? So, komm doch dabei. Wir gewinnen uns. Irgendwann so ein Ratz. Ey, ich hab mir grad sechs Leute auf einmal gekillt. Ich hab drei davon geschlitzt und drei davon abgeballert. Das war grad für Mega-Kill-Serie. Hab der MP7-Falschheit, die ist doch bestimmt schwul, Alter. MP7, Alter, ein BF3 rockt das Ding wie Sau. Verrackt doch bitte. Ich bin mal gespannt. Wie sie hier ist, weiß ich eben nicht. Nee, weil MP7 ist gut, weil es ist ne kleine Waffe, die lädt schnell nach und hat ein gutes Magazin drauf. Wow. Beziehungsweise sitzt der Scanner drin. Ich hoffe, der Scanner ist halt der. Er hat... Er springt mein Haus weg. Was, Alter? Warum seid ihr alle tot? Ich war bis eben noch am Leben. Hallo, kann ich nicht... Kann ich bei keinem spawnen? Wieso nicht? Wie kann man aber an der Flugabwehr vorbeifliegen? Das ist so wohl, der Typ, Alter. Ja, an der Flugabwehr, das ist ziemlich doof. Da wüsstest sogar ich, dass man das nicht machen sollte. Was ist das Ding? 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 Alter, alle rennen auf den Typ. Das gibt's doch nicht. Ja! Ja! Über uns ist ein Heli. Vorsicht! 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 Da kommt ein Tank! Ja, ich... Warte. Von wo? Von... Von welches? Vom Spawn von denen! Äh... Ja, es... Oh! Lauf, 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 lauf! Ich komm ran! Ich komm ran! Ich komm ran! Oder? Nein! Lauf, 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 lauf! Oh! Lauf, spring! Nein! Zickzack! Komm, 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 komm! Ja! Nur weil's geruckelt hat! Ich bin dran! Ach, der Little Bird war das sogar! Das war, das war nicht mal der Panzer! Alter, fink ich, Alter! Oh, der kommt natürlich der Nächste um die Ecke! Muss natürlich ausgerechnet jetzt der Panzer kommen, Alter! Wenn ich mich wieder in den Jet reinsetzen, ey! Ich bin jetzt wieder beim Panzer hier, ne? Also könnt ihr bei mir, ne? Hier, Havoc ist frei! Hast du Eisbrecher gekommen? Und? Rein! Was, die Havoc? Ja! Rein! Ja, ich soll jetzt fliegen, oder was? Wir haben alle Havoc! Boah, ist das geil! Ja, schön! Ist das Wahnsinns? Weißt du mir doch nicht? Ey, die haben wir vorher schon weg, lol! Ne, ja, ich hab's ja! Ja, ich bin auch nicht drin, ist doch scheiße! Nö! Aktinoide ist drin, oder was? Ne, jetzt bin ich aus der Seen zweimal aufs Spawn gekommen, jetzt steh ich hier und guck die Havoc! Check your maps for resupply location! Ich bin mir gerade unschlüssig, wo ich hier lang gehen soll. Ich weiß nicht, wohin. Ich hab ja keine Sau, diese Soundbugs kriegt ihr auch nicht. Nein! 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 Hat mich gesehen! Lauf, lauf, lauf! Ach, der von vorne war's! Oh! Hops! Ja, 7, 8! Ja, ist noch nicht los! Kann man hier bei irgendwem spawnen? Ja, bei Baxter kann man spawnen, cool! Ah, das muss ich hin machen! Das ist eigentlich nicht gut! Jetzt fahr ich! Ja! Ist ja super! Juhu! Halt mal kurz an! Hier oben! Auf der Ecke! Und... Stopp! Ich hab grad die mega Soundbugs! Alter, rennt was! Ich hör grad nichts, ne? Ich hör grad gar nichts! Ich hör grad gar nichts! Wo rennt denn der? Ja, wo siehst du denn was? Ah, da! Ich seh schon! Zack! Headshot! Oh, nehm hier! Vorsicht! Da ist was! Vorsicht! Daaa! Ja! Da kam was von hinten! Hast nicht drauf geachtet, hä? Nee, der war so diagonal links von mir! Weil ich war aber diagonal rechts konzentriert! Das passiert! Alter, jetzt leck mich doch! Du scheiße! Oh, ich hab schnelle Regeneration irgendwie ge-ge-ge-ge... Ja, na klar! Du gehst nicht anders! Was rum ist? Von wo? Von wo denn? Alter, der MK-Elfen-Mod! Alter, ich hasse diese Autosnipes! Von unten, das mach ich mich ja links grad hoch! Flugabwehr! Na klar, von da hinten! Na, wie willst du denn das erzählen? Ja, ja, das ist aber wirklich so! Die Flugabwehr ist verdammt OP und kann über die ganze Map töten! Das ist nicht schön gelöst, das ist unschön gelöst! Mann, einen hab ich bekommen! Da sind so viele Gegner, ey! Was? Nee! Der wie? Ey, ich will den nicht verrecken, ey! Das ist ja unglaublich! Ey, ich hab doch die M9 freigeschaltet! Dann gib mir mal die M9! Ey, was? Wir sind Jäger? Wo? Wo soll ich denn spawnen? Scheiße! Ah, ich hab'n Heli! Cool! Ja, ich hab'n Heli! Ach, der Thor schütze sehr gut! Ich fliege ja ordentlich! Ich fliege ordentlich! Ich schreie vorher! Bevor... Bevor... Krieg ich den? Krieg ich den? Komm, ich hab'n getroffen! Ganz ruhig! Da, da vorne... Da vorne ist noch einer! Vor uns, vor uns! Alter! Wir kriegen übelst auf die Fresse! Wir kriegen übelst auf die Fresse! Boah! Dass ich hier noch in der Luft bin! 3, 2, 1! Raus! 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 Ja, zu spät! Das war auch für mich! Aber der Jet ist total OP, dass die einen Jet haben! Das ist voll unfair, ey! Das gibt's nicht! Oh, man! Hahaha! Wieso haben die einen Jet? Ich versteh' das nicht! Weil wir haben auch einen! Hä? Hä? Wo? Ja! Einsatzpunkt verloren! Einsatzpunkt verloren! Den hab' ich noch nicht fliegen sehen, den Heli! Äh, den Jet mein' ich! Das ist ein Hardi! Ich bin hier in so'n geschützt Dings-Heli! Ah! Sehr gut! Komm! Komm! Krieg ich! Komm! Komm! Ja! Ja! Schaden! Ich mach' Schaden! Ach! Mann! Alter! Kann ja nicht mal ordentlich fliegen! Verdammt! Ja! Zieh rum! Genau! Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Unter uns! Nein! Boah! Alter, was macht Alan hier? Boah! Ey! Er fliegt ja da vor die Wand, wirst du beschweigen! Mega Flugkünste! Ey! Unglaublich, ey! Oh, ein Digga! Oh, wir haben nen Commander! Ey, wir haben nen Commander, Jungs! Cool! Also, ich spawn' bei A, ne? Ich weiß ja nicht, ob der zu schlau ist! Da steht... Da steht so einiges! Ja, warte mal, dann nehm ich mal! Ja, Palästik, wie hoch immer wer ist! Weiß wir nicht! Ich hab mich mit... Bombo! Soundbug! Ich hab keinen Sound! Alter! Ah, das ist übel schlimm! Das schlimm ist ja, wenn du grad im Jet bist oder so und anvisiert wirst und der Soundbug ist dann weg und du denkst dann erstmal... Boah, ist vorbei! Auf einmal kommt ne Rakete! Bam! Ah, hab ich zwei weggerotzt! Hä? Oh! Alter! Drei... Sind hier drei feindliche Helis? Drei Stück, Alter! Drei Stück! Drei! Drei Stück! Eigentlich nehm ich ja mal Abstand davon, zwei Pexels zu spawnen, aber ich mach's einfach mal! Ich glaub, die Ölmon sind die Dreckspisser! Ah, wieso haben die denn drei Helis, Alter? Das ist ja voll unfair! Weil die Ölmon wird er geklaut haben, hat er! Schon wieder! Jetzt spawn ich da, wo zwei Helis und ein Panzer ist! Sehr schlau! Ey! C4, Mann! Wie kommt denn der dahin, das Miststück, Alter? Das ist unglaublich! Boah! Lauf! 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 Man kann bei mir spawnen! Ich bin hier ziemlich... Ich bin hier ziemlich abtünig gespawnt! Oh! Ja, schön! Ja, bis jetzt! Ja, warte mal! Ich hab hier... Oh, die M9 haut rein! Oh, Alter! Wenn man die... Die M9 ist ne gute Waffe! Die M9 ist ne gute Waffe! Das ist gut! Kann ich hier mal ein bisschen aufräumen! Kann man bei Thor spawnen? Nee, geht nicht! Bei Baxter auch nicht! Wo... Wo sitzt du denn gerade? Nein, ich bin auf Flugabwehr! Kannst du nicht! Ach so! Aber bei Baxter kann ich spawnen! Ah, cool! Ah, als Schütze! Na dann! Obala! Dann probier mal irgendwas! Wollen wir da abziehen? Ja, ja, ich weiß! Jetzt müssen wir gucken hier! Da unten! Komm mal da! Da unten! Hier, jetzt liegs! Wo? Ach, da! Da! Irgendwas beballert uns schon wieder! Zack! Fahrzeug ist kaputt! Ja, schieß denn hier schon wieder auf mich! Alter! Ihr kleinen... Dreckchen! Ey! Ich seh auch nichts von wo denn! Ja, ich weiß es nicht! Keine Ahnung! Wo denn! Ich seh nicht mal ihn! Und jetzt brauchst du Jack, den Charlie! Kommt durch! Deine Mutter macht den Klötzner! Heh! Da hinten ist nur ein Heli! Aber sonst... Dann zwei Helis! Lol! Wechsler! Pass auf! Da! Vor uns, vor uns, vor uns, vor uns! Vor uns! Ja, ich bin so weit weg! Aber ich kann treff... Oh ja, ich treffte richtig, Alter! Wo willst du denn raufspringen? Ey, da ist! Guck mal! Rechts noch ein Heli! Rechts! Ey, das ist doch nicht wahr! Komm! Der ist gleich kaputt! Ah, lass mich! Nein! Auch noch einmal drehen! Fuck, 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 fuck! Ach, scheiße! Rausschlau! Keine Ahnung! Komm! Oh, wir sind gleich im Arsch! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich steig aus! Ich steig mal aus! Ich steig mal aus! Baust du nicht? Oh, sorry! Ich dachte... Ah! Sehr schön! Hey! Where are you going? Der Heli ist doch kaputt, oder? Boah, es ist ja kaputt gegangen! Ich bin außerhalb der Map, Alter! So zum Kotzen! Ach, leck mich doch auf den Arsch! Soundbuck, Soundbuck! Ich habe keinen Sound! Ich kann mit dem Ding nicht umgehen, oder? Mit welchem Ding? Mit dem Jet! Alter! Dann lass mich da rein, bitte! Alter, wie soll ich das machen jetzt grad? Ich kann da aufsteigen? Nein, nein, nein! Nein, guck mal! Guck mal! Du steigst über mir aus, lässt das Ding in meine Richtung fliegen, und dann steige ich ein! In der Hoffnung, dass das Ding mich nicht mit einer Spitze aufspießt! Kein Sound! Ich wollte gerade sagen, ey! Ich bin raus! Oh, da fliegt er! Da fliegt er! Nein! Da fliegt er! Bam! Headshot, Junge! Ey, du kriegst dann mit dem AC gar nix gebacken, Alter! Doch, also mit der AC habe ich schon ordentlich Kills gemacht! Doch, doch, das geht! Doch, 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 das geht! Das geht! Man muss... Dann kannst du's nur nicht! Mann! Wie die einfach mal alle unsere Helis haben, ey! Das ist doch... Oh, oh! Das sind absolute Nups, die fotzen! Ich brauche nur die Helis weg, Alter! Nein! 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 Vielen Dank! Du hast mich nicht gesehen. Oh, zu biedert. Loll, ich wollte gerade sagen, ey. Hat er mich nicht gesehen? Doch, hat er. Scheiße. Geben wir mal hier überhaupt. Haben wir einen Panzer oder sonst was? Ja, Mann. Wir haben vor allem gewinnt. Ist der Jet wieder frei? Wo ist denn das? Einige von uns fahren zwei Panzer. Wir haben kein Jet. Komm hier, greif mal. Ich habe einen Panzer. Yeah. Oh, Thor ist zu spät. Also Thor ist direkt nach A. Wenn du einen Panzer hast, Hardy. Was? Wie bitte? Dann kannst du direkt mal aufschließen auf A, wenn du einen Panzer hast. Äh, ja, gerne. Bei A. Da hinten hin. Da hinten ist das Selbstmord. Ach, Quatsch. Also. Ist der feindlich? Ach, einfach mal draufschießen. Was? Wie schnell fliegt die Kuh hier runter? Oh, hi. Na, schade. Ey, ich habe keinen Sound. Das ist so banal. Ich hasse das. Oh, da ist irgendwo Sprengstoff. Hallo? Oh, schade. Schade. Tor, sag mal was an. Komm. Hau mal ein Ziel. Bäm. Da gibt's wo? Ne. Echt? Ja. Ich seh's. Bist raus. Ist ja nicht neu. Oh man Gott. Das ist Battlefield. Vier. Ja, Eisbrechertor hat aufgehört Battlefield 4 zu spielen. Ja, dann suchst du gleich. Dann willst du. Dann willst du. Ich schreiwillig. Willst du gleich einen neuen Server suchen denn? Wo wir dann nachher. Also nach. Nach. Darunter. Ich schreiwillig. Ich schreiwillig. Aber die Felsen, Mann. Aber ja, ja. Doch, zu labern. Und macht mal was, Alter. Unglaublich hier. Nein, der Bodo macht was. Ich gebe mir. Ich gebe mir Mühe. Aber irgendwie. Seid ihr runtergegangen oder was? Ne, aber Tor ist. Rausge. Also hier abstürzt. Was? Ey, die Spons sind so genial, Alter. Was lauert er? Bordst du, bist super tot. Ach, da ist irgendwas bei C jetzt. Äh, bei D. Ne, bei. Wo? Alter, bei D. Ach so, hier kannst du. Ach, so, dann sponst du oben. Ah. Ich hab keinen Sound. Das ist so fickig. Ja. Ey, das ist nicht mal. Ey, das ist so kacke. Du hörst nix. Ja, Mann. Du bist nervig. Das ist drücklich alt, der Führ, ey. Das funktioniert bei dem Spiel sogar. Ja. Naja, soll Tor mal einen anderen Server suchen. Warum ich? Weil du rausgeflogen bist. Deswegen. Naja, die M9 ist gut. Ah, scheiße, hab ich nicht geguckt, Alter. Ich laufe hier gerade voll Open Field. Boah, ich bin letztes Quartal. Ja, ich bin letztes. Jetzt ist Quad-Mitglied. Jetzt von dir wie hier noch. Wir waren so ein Vorteil, Alter. Scheiße. Macht n' der Commander, Mann. Die Pussy muss man bauen. So, ja. Glaube ich. Komm, HD, lass uns mal ja noch ein paar Spots einnehmen. Ja, da ist noch ein Patzer. Den muss ich ganz kurz kaputt machen. Oder irgendwas ist das. Na gut, das Ding fährt weiter. Dann laufe ich mal. Ja, weiter geht's. Dann, 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 dann. Hey, ich schläge durch die Gegend. Oh, da ist ein Gegner. Zack. Zack, was? Was, 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 was? Ey, ich hab ihm zwei Schüsse mit der Sniper gedrückt. Zwei. Das ist ja so typisch Netcode, Alter. Aldi, du musst doch treffen. Der fährt über mich drüber. Nein, ich hab getroffen, nur, kennst du nicht, 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 nicht das Problem, was es zurzeit gibt? Dass, wenn du triffst, also das ist so ein Synchronisationsproblem. Das ist voll kacke. Du siehst halt Blutspritzen und so, aber hast kein Hitmarker und nix. Obwohl die Kugel ihn eigentlich getroffen hat. Ey, kein Sound. Und es ist so, man, ich, ich mach, ey. Ja, wir kriegen nix mehr eingenommen, glaube ich, kannst du vergessen. Ja, markiert doch keiner mal die Jäger oder so, das ist überhaupt nicht. Also ich versuch die ganze Zeit hier die Dinger zu markieren, aber irgendwie, halt auch jetzt. Ey, wie schnell wir jetzt verloren haben, Alter, ist so witzig. Noch sieben Tickets. Fünf Tickets. Du, fünf. Also, nach der Runde gehen wir erstmal runter hier vom Server, oder was? Jo, das war's. Baden! Wir haben eigentlich gut angefangen, ne, aber... Das war's. Da ist die O-Runde jetzt. 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 Vielen Dank.